Das ist das Programm der Grund auf lebende Hoffnung. Ihr Redner ist Rudi Niefeld. Ich begrüße Sie in den Namen von Jesus Christus. Ich will unsere Bibel von der Openjagung in einem Räumer Kapitel 8. Ich will ein paar Versen lesen von 28 durch 30. Wir werden nicht alle betrachten, aber wir werden ein paar Diener nehmen. Die können mir vielleicht ein Wort geben, dass ich das nie mache. Wenn wir Räumer Kapitel 8, Vers 28 betrachten, dann sagt es das. Wir weten, dass Gott in allen Dingen immer das beste Werk für dich, das am Gott sind. Dort sind die, die er geraubt hat, so wie er das will. Der, der ihn vorher gewählt hat, hat er bestimmt seine Sehns zu lecken, dass er von vielen Brüdern möchte die Erstgeborene sein. Und der, der ihn vorher bestimmt hat, hat er auch geraubt. Und der, der er geraubt hat, hat er auch gerecht vor dich. Und wem er gerecht vor dich, der verholt hat, dass er herrlich wird. Wenn wir diese Versen beobachten, in den 28 Jahren, diese Versen bräuchte Christen viel zu ihm in schwere Tüden. Wenn es sehr schwer ist, sehr mutlos, sehr doll ist, dann bräuchten wir diesen Versen. Und das sagt es das. Wir weten, dass Gott in allen Dingen immer das beste Werk für dich, die am Gott sind. Dort sind die, die er geraubt hat, so wie er das will. Und wenn wir denken an diesen Versen, wir bräuchten ihn in schwere Tüden, weil wir für jede eine kleine Torte werden, was sehr wichtig ist. Dort sage ich, du am Gott sind. In anderen Sprachen, in anderen Wiedkungen sage ich, du Gott leuwe deine. So Paulus schrift, dass er den Tagstum ans Motmärken und ihr alle Amstände. Wir bräuchten ihn bloß zu einem schwere Tüden, um zu sagen, naja, Gott lässt den ja doch kommen. Paulus wirklich schrift, dass er den Tagstum ans Motmärken und ihr alle Amstände. Das ist, was die Bibel hier sagt. Heute wird Gott wirklich leuwe deine. So die Frage ist, leuwe dich Gott? Leuwe wirklich Gott. Und von der Osten morgens werde ich versichern, fünf Jedeuhe hier rauszunehmen, wo die und mir, wo ich ein halbes Kleenbeet in Schwung kriege, und die Jedeuhe, wo wir schon in Schwung kommen, dann werde ich leuwe. Und werde ich weiter, da wird Gott leuwe. Die erste Gedanke ist, das ist ein versichertes Versprecher. Wenn es der Versch fängt an, wie weiter. Paulus redet hier überzeugt. Und die Menschen, die hier redet, da sagt er, wie weiter. So wenn wir denken an diesem Versch, wie weiter, dort ist wichtig, zum Weiten, was Gott geplant hat, für uns leuwe. Gott hat einen besonderen Plan für die und mir. Die Frau ist, dass ich in der Wahl, um den Plan anzunehmen, was Gott für die und mir hat. So, und wir seien dort, als wichtig zum Weiten, wir fingen dort in der Sassen, wenn ich zu fassen, und klingen bei Trägen, fingen wir dort, kreik umgedreht, seit es ist das, in die Runde so halb der Jäste uns und unsere Schwung hätten, weil es wir weiter nicht einmal, wo wir so reich beten sollen. Aber der Jäste betet für uns, mit so einem Gefeilen, dort wie nicht wir dafür haben. So hier sagt er uns, wir wollen nicht einmal, was wir beten sollen, wir wollen nicht einmal, woran geht. Ein Ding weiß, wir klar, dort Gott hat einen Plan für uns. Aber wir wissen nicht einmal, all die Umstände und Einzelheiten, die durch den Dagen, die durch den Jäste passieren sollen. Das wissen wir nicht alle. Und dort hat Gott für die, was Gott lewe, dem Heiligen Jäste geeft, dort die uns durchhalte kann, damit die tägliche Dinge, wo wir nicht einmal wissen, was wir tun sollen. Aber wir wissen, für die, was Gott lewe, dort uns eng ist in der Herrlichkeit mit ihm. Dort ist für die, was Gott lewe, denn. Aber wir wissen nicht alle Umstände, die durch den Leben angekommen waren. Wir wissen auch nicht alle Umstände, was durch diesen Weg noch passieren hat. Das sind Dagen, morgen, immer morgen. Und so durch das ganze Jahr, das weiß ich nicht. Aber wenn wir wirklich Gott lewe, dann haben wir uns, Gott haben, von Jesus all genommen, dann weiß ich, dass wir uns eigen von uns leben, als mit Gott. Aber nicht all die däglichen Umstände. So da wäre es dort wichtig, dort, was wir weiten, wie klar haben. So wenn wir nichts weiter, oder wenig weiter, oder nichts klar haben, dann ist es so ein Trüger in uns leben. Wenn wir nicht weiten, wo wir sind, wenn wir gestorben sind, wenn wir nicht weiter aus, wie ihr Rat sind, oder nicht, wenn wir nicht weiter aus, wie Levensäle, oder nicht, und das Leben, es wirken so dahin, so über den Kopf, dass wir das schöne Weiche rütteln, dass wir uns nach dem Leben nehmen. Dann würde es alle dahin sein. Wenn es wir weiter nicht, wo wir glauben. In der Bibel sagt hier, Paulus sagt hier, wir weiten. So wie Schrift der Menschen, wird weiter überzeugt sein, wer sie sind in Christus. Nutz Nummer 1, wird, wie sollen wir weiten. Wenn schwere Täter worden ans Leben nennen kommen, und wenn die schwierige Täter und die schwere Täter kommen, dann ein wenig weiter an was wir glauben, und an wem wir glauben, dann würden sie ihr Feile übernehmen, also ihr Feile würden uns aufleeren, von dort wird wirklich die Bibel lehrt. Die Feile sind sehr wichtig, aber die Feile helfen uns zu sagen, wenn es schwer geht. Dann ist es wichtig, dass wir überzeugt sind, was wir glauben. Und was ich kann die glauben, was wir glauben, dann haben wir ein Wort, wie weiter. Und wenn wir nicht weiter über die Schrift sagen, dann wollen wir über die Leibung, wenn wir die Schrift kommen. Und du hast keinen Vertrauen, du hast keinen Traust, dann nehmen wir unsere Feile und dann gehen wir da noch. Und unsere Feile würden wir uns vorhanden bringen, wo das sehr schwierig wird und noch schwieriger wird. Da wäre es wichtig, zu wissen, was wir glauben, von Gott. Was wir uns überzeugen, von Gott. So das erste ist, das ist ein Versachsatz, das Versprecher, das Gott uns gegebt, dass wir weiter können, dass wir Gott erleben. Das zweite, was wir haben, ist, das ist ein jettliches Versprecher. Wenn es euch sagt, wir wissen, dass Gott in allen Dingen immer das beste wird für dich, dass er Gott ist. So das Versprecher kommt von Gott, das ist ein jettliches Versprecher. Das ist nicht, was Menschen sich gut gedacht haben, oder ihr Mände abgestalt haben, oder ein Ältester sich gut gedacht haben, das Versprecher kommt von Gott, so dass er es jettlich ist. Wenn wir das in diesem Versachsatz betrachten, wir wissen, dass Gott mit all das verbungen ist, was in dem mein Leben angeht. Gott wird mit all dort verbungen worden, das letzte Jahr passiert das. Du willst nicht bitte seine Kontrolle, und nicht, wo er nicht verbungen wird. Trotzdem, das einzige Mal, das schlechte Dinge, was wir schlecht an sein, sagen, Gott ist schon für das vergutete Dinge. Josef sagt das in seinem Leben. Er sagt seine Brüder, wenn er lange nicht mehr getaubt war, sagt er, was alle verbunden sind, dort sagt Gott alle an dem vergutete drehen. So, wo wir vielleicht in den letzten Jahren das Leben angesagt haben, und es beisert, und schlachtet, und Gott leuchtet, dort wird Gott noch herabend drehen, wenn du das oben bist, und das verherrliche, und dem gauden. Das hat Josef leuchtet. So, das eine Ding, was wir weiterentwickeln, ist, das ist in Gärtlichkeit versprechen. Gott leuchtet alle Dinge zum Gauden ins Leben. So, da meint Gott mit alles, was du beleuchtet ist, nicht. Gott ist an Arbeit mit und und mit und und mit . Brücke aus Gott geplant hat. Wenn es heißt, an Arbeit und die, heißt, an Arbeit mit die, und er will an Arbeit sein durch die. Solange du nicht Gott leuchtet hast, hast, ist, ist, an Arbeit und die, ist, dass er Jesus annehmen. Solange du nicht Jesus angenommen hast, ist, er an Arbeit mit die, ist, er verzeiht, was Zeuge. Und wenn du hast, die hand geeft to the life goddess and the life goddess in the nenne kum as there has his own name on Arbeit der die. So the Frau has best to balance wo am the best in dein leven. So God has on the Obed on thee and met thee and there die. God will thee and get like a plan give what do den on name they get like a plan what God for thee have when he said here in the part of the part that God and all the best work for you to live God is on the all bit on all the man and I have the best plan for you my life not the better but the best we live in our Glück in our Be and whatever I can do we 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 don't do best for our lives God we don't best for us live and he will we hand give for that so the second thought is that God is an work on the and me the third thing is that is a best of God of God that last part says God in all things in all things God is best to what he out for the of men he found me on and have to rob he is always best to do he would best leave with every person so long as they live that would God is on by that he can get rid but he left the hour when the men are out to hang but he left best to him to be when he did me get rid then he best to man the hell is the man can go come to a good so there is a best deal of all things that God and all things are best to work that means not that God when it happens like that is from God when it that means not that God all the circumstances to live to that the best on life rüberbringen. Die Anstände, die in deinem Leben ankommen werden, werden nicht gut sein. Das wird ein Armbrechen, ein Weinbrechen, ein Exzender, oder was immer er muss sein, Hüßdolbrennen. Dort sind die Anstände, die Gott gleich in deinem Leben anbringen wird, aber die kommen dann an. Und da braucht er alle dem, die in mir, du anbringen, wo ich die in mir Hand will haben. Weil von den Glauben, die wir nie hier sind, entsteht das. Die erste von uns wurde vielleicht noch gesagt, ich will hier nicht sein. Das ist nicht Gott sein Willen. Dort weißt du, was ich in den Glauben, was nicht Gott sein Willen ist, aber ob Gott in deinem Leben hat, um dort zu führen mit uns, was er geplant hat. Jesus hat gedacht, dass nicht Gott sein Willen, dass ich hier in einem Baum ist und hier, wo er vielleicht sterben hat. Jesus hat gedacht, dass nicht Gott sein Willen, dass ich hier in Gefängnis ist, wenn ich sie ausschuldig habe, kann ich nicht dort tun, was ich mir für beschuldigt habe. Und da wird Gott sein Willen. Auf einigen von mehreren Jungen, von seinen Eltern, von seinen Schwestern, dann sagt er seine Schwestern, sagt er, da, wo sie vorbei sind, meine Damen und Herren, hat Gott getrennt. Vergoedet. Da hast du einen Glauben gewasst. So die Dinge, die in deinem Leben passiert, wo wir glauben, sind die Oester, die Schläste, die Beiste, die Godlose, die Dinge, die können wir passiert, die Bruggettem für dich und mir, was Glauben wird bringen. Kann ich das annehmen? Das ist die Frage. Kann ich dir das annehmen? So Gott hat es an die Arbeit mit dir und mir. Gott weiß, was er in dieser Welt ist. So das ist, was er ganz, wie weit krank, was er in dieser Welt ist. Wie weit, was er in dein Leben ist. Und er nimmt all das Taub und braucht das für die Gouds und für seine Verherrlichung. Kann ich dir das einmal annehmen? Das all das, was in deinem Leben passiert, er lässt zukommen, als du das Dein mit dem Gouden und dem Gott verherrlichen. Und du musst nicht sagen, hier ist nichts Böden, um Gott zu verherrlichen, was ich nicht so stark in meinem Leben ist. Nicht so stark in meinem Leben. Nicht so stark in meinem Leben und es soll das vielleicht nicht sein. Und das lässt es sehr dunkel uit. Wenn wir zwei Wege von dir oder zwei Monate von dir dann wollen wir das Bild viel mehr sein können. Und dann wollen wir sagen, Gott, ich danke dir, dass du mich hast, dass ich das Leben durchgebracht habe. Wo wir erst dachten, dass wir bloß alle gottlose Beis von Soten angelebt. Dann sagt er zu den einen, als sie rutschenken, als sie in Arbeit treten, als sie in den Dromen gingen, hat sie rutschen, denken wir, wenn du in Fängnis bist und was an deinem Arbeit bist. Was passiert? Das Mann von Gott von Josef. Was in Heimwaren können so ein Eier über den Mann. Also da ist er nicht, weiß ich nicht. Sagen ich ihm den Tags. Aber wir alle haben geplant von Gott, dass Gott will was wunderbar zu führen mit Josef. Und so hat er auch was wunderbar zu führen für jeden Mann von Jürgen. Was do you finde, was das? Die Frau ist an Ecken der Wellness. Die will da auch nehmen, was Gott in deinem Leben beurteilt. In Welder, das du auch. Das nächste, was wir sagen, das ist ein Verspräch zum Garten. Er sagt, alle Taub zum Garten. Die Frau sagt, wir wollen Gott in alle Dinge immer das Beste für dich. So er sagt, in alle Dinge wird er immer das Beste. So er meint, in anderen würde ich sagen, alle Taub das du in dem Garten wirst du durchgehen. Er nimmt alle die Umstände in der Garten und nach der Garten woher. Er nimmt alle Taub und das alle Taub zum Garten zum Dien in mir durchgehen, wo Gott die in mir will hinhaben. Ich bin so auf den Plänen für uns. Wir wollen das nicht so haben. Wir wollen das ein Ehenkopf, ein Stierkopf, ein stolter Mensch. Wir wollen uns nicht beheben, für Gott. Und wenn kommen alle diese Dinge ins Leben an, zum Dien in mir durch mit. Aber du kriegst und ich in dir sei, hier sie ein Gott. Wann hat die ähste Dinge versperrt können passieren. So die Umstände wird keinen Sinn mehr in unserem Leben sind geplant von Gott und Gott nimmt dich alle auf und bringt dich an und du teut rüht, dass ich in dir auf ein Ehenkern sei, Dankeschön Herr. Dass ich alle nicht sagen was du teutzt, dass ich kein Sinn für mich, aber ich sage, dass du Gott hat so ein Plan und das ist. So die Einste Dinge, was ich kann sagen, ist, Gott, ich vertraue, was du mit meinem Leben best. Wenn Gott hat ein Plan in all was er uns zukommen lebt, ist nicht nur das Beter, sondern das Beste in unserem Leben. Das letzte, was ich will hier nehmen, ist, das ist ein Verspräch besonders für Gott lebt. Er sagt hier, dass er am Gott sein, der andere wird für Gott sein, ist lebt. Dort sind die, die er raubt , so wie er will. Menschen werden sich handeleben für Gott in Jesus annehmen, in der Leib Gottes annehmen. Da werden viele jesehnte 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 Die Bibel bestätigt mehrmals, dort wahrhafte Menschen sind genannt, die Gott leib haben. So bloß wahrhafte Menschen können Gott leib haben. Dort sind die, die haue Raubtaf, so sei das wohl. Wir sind zwei Menschen, die im Testament, wo die Lehren hier haben, in der Herrlichkeit Gottes nennen zuvor, in drei kommen, in das Leben, in der Charpe nehmen. Einer von euch, wie Paulus, wir finden dort in der zweiten Korinther Kapitel 12. Er bräuchte nicht seinen Namen, weil er tagsbringt er klar rüber, und er hat das wieder. Und wenn er seine Dinge beschrieben hat, dann sagt er, ob einer steht, dass er Dinge gehört, die nicht nur auf diese Ede mit Menschen sprechen, zu schreiben. So er hat etwas beleidigt, was kein anderer hat. Dann sagt er in der ersten Korinther Kapitel 2, Vers 9, fort von dem Vers, sagt er, Aller wird heute sagen in der Herrlichkeit. Als heute streuen wir nicht beschrieben, damit wir dort bringen können. Die sind reitgemerkt, die, die sind reitgemerkt, in der Herrlichkeit für die Menschen, wird Gott leib haben. So die Frage ist, zu welchen Glauben ihr hörst du? Leibst du den allmachigen Gott, mit dem Glauben, den du hast? Du musst nicht sagen, jo, ich glaube an Gott. Was Jakobus sagt, so tun es auch an Gott, dass er mal recht sagt hat. So es wird angeliert, wir sollen an Gott glauben, wir sollen auch an Gott glauben. Aber die Frau heißt, leib ich Gott. Was soll ich auch sagen? Leibst du Gott? Menschen werden bloß an Gott glauben, weil die leib ich nicht Gott. So tun es leib ich an Gott, aber die leib ich nicht Gott. Wenn es heißt, all in need, 100% je an Gott. Wenn es heißt, leib ich nicht, die Erahrung wird Gott, der Jesus Christus, für uns verschoben. Und er wird auch nie. Das, wo ihm der Schrift sagt, so tun es auch an Gott. Jakobus sagt, die Menschen sagt, ich glaube, ich glaube an Gott. So tun es auch an Gott, dass er mal recht sagt hat. Wir sind geliert, um Gott zu geliehen, weil wir sind nicht geliert, Gott zu leben. In Gott zu leben, wenn wir bloß von Ecken überdacht kommen, wo wir ans Leben haben, leihen und sagen, Jesus, sag sie um mich. Ich habe noch einmal abgeheben. Ich habe schon eine Rechte-Chatswoche abgewiesen. Ich habe schon geäußert. Hier sehe ich, sie verloren sich, sie auf die Weg nach der Halle. Verjaff mir meine Sünde. Ich nehme die an aus meiner Rade. Das, was du für mich, Jesus, um die Rade zu nehmen. Ich nehme die an und geliebe dort. Und dann, die haben Gott seine Leib und ans Leben nennen. Und dann ist man kein Gott leib. So tun es, geliebt an Gott, aber er leibt ihm nicht. Wovon Glaube hast du? Gleibst du an Gott oder leibst du Gott? Der, was wirklich Jesus auch in ihm haben, glaube, der Leib an Gott. Der, was bloß geliehen ist, an Gott zu glauben, wo ich mir, ich bin, ich glaube an Gott. Gleibst du an Jesus? Gleibst du an die Bibel, wie erreich? Und bist du verloren, ist das Ding. Wenn sie nicht glauben, nicht Gott. Wenn sie Gott Jesus nicht angenommen. Du bist hier von dir gewesen, Gott, die hier handgeroopt hat. Er hat dich hier handgebracht. Das ist, warum du hier von dir bist. Das Achterfeier sagt, dass er hier handgeroopt hat. So Gott hat dich hier von dir handgeroopt. Gott hat dich hier handgebracht. Du bist hier nicht, wenn du hier nicht wassinnest. Jo, du musst hier vielleicht sein, wenn du hier nicht wassinnest. Aber du bist hier, wenn Gott dich hier von dir handgeroopt hat. Du bist hier, wenn Gott dich hier von dir handgeroopt hat. Gott hat dein Leben in seine Hänge. Trotzdem, und dann, will Seier gehen und du bist, er wird dich danach eins vorhand bringen, wo du Gottes Wurde hören. Und wo ich von dir aus der Seier habe nichts zu sein, wenn es alle in der Bibel und du weißt, was das Wurde sein wird. Das Gottes Wurde wurde gemacht, und ich meine Wurde. So, wenn du nicht Gott leidest, dann will er haben, dass du seine Leib annehmen sollst. Das, warum er dich angebracht hat. Und wenn du erst Gott seine Leib angenommen hast, dann bist du beräubt von ihm zum Verwärtsgegen. Wenn Gott raubt die Menschen noch an, dann hat er einen Plan für dich. So, Gott trägt uns, mit seinen Heiligen Jes, dort wird er nicht von dir auch was. Er trägt dich, er raubt dich. Er will haben. Du sollst die Handgeber von ihm, dass er seinen Plan durch dich ausführen kann. Gott hat dein Leben, nur in den roten Flecken, abgeholt und über den Kopf gedreht, wenn er will was von dir. Wie sein in den Heimel von Paulus reden, er wird gelehrt, alles, was er macht, wird reich. Er passt, ich schaue die Kapitel 9, und sagt, er soll. Er macht die Dinge, die er lebt, er reicht, er geht mit Bräuben, mit Autorität von den vierten Menschen, mit Kraft, was er will die Menschen fastnehmen, Christen, die entstappen, und die döden mir, dass es andere danken hat. Und er war auf der Weich nach Damaskus, von Jerusalem, und er kann Gott es fastnehmen, Christen fastnehmen. Und Gott hält ihn ab, in ihr weiß. Er war auf der Weich, mit ihm, er war ein Kloor, er war. Er war voll am, und er sieht, Herr, wo es ist. Sein Leben, wie in einem Tag über den Kopf gedreht, von dort, wo er geplant hat. Abgeholt und über den Kopf gedreht. Dein Leben ist vielleicht auch möglich, dass du was, erst vielleicht nicht zu stoppen. Du glaubst alles, was abgeholt, was du geplant hast, und du dacht, was du das tun hast. Dein Leben ist vielleicht über den Kopf gedreht. Du wirst ihn nicht sehen, du musst ihn nicht sehen. Du seist, nichts Schaf, nichts Reich, nichts, was ich gewann sehe. Das ist vielleicht alles so. Wo wirst du wehlen, das kann dir annehmen. Wenn Gott dein Leben abholt hat, dein Leben über den Kopf gedreht, wenn er will von dir. Er geht nicht mit Paulus. Er hält ihn ab. Er dreht sich in dein Leben über den Kopf. Für was er da, er weiß nicht, was er sollt, wenn er nicht mehr sein kann. Er war blind. Gott redet, das ist ein Mann Simon in Damaskus, und er sagt, das ist was er sollt, wenn das Mann nicht mehr sein kann. Und Simon sagt, ja, es kann ihm reden, das Mann ist hier in uns. Gott mögt Simon ein Räid. Sollt er ihm dahin. Und dann sagt, die Dinge, die er uns beschrieben ist, dann können wir weiter sein. Und dann sagt, da muss er kurz, dein Fenster verwandert, wenn es die Menschen, die wir all gehen haben. Auf der anderen Städte fingen wir dann, wie er für mehrere Jahre warst. Er ging nun in der Westerstädte, und das sagen sie nicht klar, und er wird von Gott gelebt. Hey, wir wollen es, dem dort, wird Gott in sein Leben am abholen, am euren Kopf drehen, der alle annehmen, wenn es Gott hat einen Plan für ihn. Das ist, wenn ein Mensch anbekehrt ist. Dann hält Gott ans Leben noch mal ab, und ans anbekehrt das Leben, dreht er euren Kopf, dreht alles, überrasch, sodass er den in mir kann noch mal beitragen, weil wir umfangs das Leben anzulegen. Anders, würde ich vielleicht nie begreifen, wie seine Hiab, nach einer Geschichte, karte für fort, er wie ein Mann Gottes, eine wahrer, eine Person, da in dem Herrn, er ging, er ist in den Dach, das ist jubelig, er da, ein Dach stand er ab, und er da war er sein Leben, er kriegt so ein Gönes rein, jubelig, er da abfüllen, er da beten, für seine Tänke, und er da unten, wir haben alle diese Norde, hier kreien, als er die Habe, wie war er, als er die Tänke wäre da, in euren Ohren, wie es das Tagsans leert, dann wäre hier lang, ein Fall schwer, Gott, ich sage, er da, oder? Aber dann sagt er in den ersten Kapitel, ich sehe nie, ob ich zu dieser Welt gekommen, ich will nie, ob ich von hier ging, Lut Gott, Lut Gott, die Luft war. In all dort, wo neun Tage anging, seht ihr noch im Eing, Gott soll die Luft war. Dann schaum sie in den Früh, nach und sag ich, sei bis Gott auf, und wir nehmen die Leben, wir müssen alle tun, wir finden bis hier an das Leben, wenn alles schwer geht, und alles über Koppers, und wir fassen, dann kann man so dann an sein, dann hängt die bloß mal, oder nehm bloß mal die Affe an, oder dubbelst, und whatever braucht, um die Leben zu einem Jahr, und das wird alle da, ich sage, so jetzt ist die Lehre, was wir glauben können, wenn es war, und das Leben zu einem, dann fängt das Leben an, dann gehen wir in Ewigkeit nach, dann ist kein Treibach mehr. Hierab, bleift Gott trü, und vertritt Gott. Die Geschichte von Joseph Haugen allmäh gedeilt, wir kriegen es auch. So, ich habe die, die, die Bekande, rückgenommen, und ab in eine Fremde steht, die in die Haft wird, für die, was die anders, niemals, begrepen haben. Ich habe die, von allmäh gedeckt, was die bekannt ist. Ich habe die, woanders, wo die ganz Fremde ist. Und ich habe das, für die Götze. Dass ich die, kann, überhaupt lernen, und verstehen, was die niemals, anders begrepen haben, was die immer, wo die bekannt ist, und nicht bekannt ist. Ich habe das in mein Leben, als ich mal geblieben, und hier ist eine Westerfläche, was kriegt zu denken. Als ich mal alles anbekannt, was hier ist, dort ist alle Fremde, wo Gott mal erdeut. So, ich kann die, was Begriffe tun. So, allmäh, wo wir glauben, was von der, vielleicht, fremde ist, und anbekannt, und schlecht ist, und böse ist, und wir hören uns noch, wenn die Menschen, wo wir uns vielleicht haben, was wir gebracht haben, wo wir hier sind, aber nein, da ist alles im Götz. Das ist gar auf dem Plunderband. Er muss die und mir noch mal das Bekande rücknehmen. Und wann hat das Weihreite. Weißt du, wem Gott muss Weihreite von der Bekande? Laten sie in der Früh, wohnt in der Stadt, mit seinen Engeln, wo das so ja, so ja, anmoral wäre. Die Engel kommen, sehen die jemanden hier rütt. Gott wird die Stadt verbrannt. Schließlich, die acht Scheiben, die Stöhnen, die Schreien, die Tehäle der Engel, und die Schlaupte rütt. Laten sie in der Früh rütt. Wenn sie wollen, ich von das Bekande loslöte. Und du bist in das Bekande, wo sie Bände wäre, trotzdem, dass sie wahrheitliche Menschen wäre, wie du so viel anhält, so viel Sinn, dass die Bibel sagt uns, dass du schreckst von Sinn, wie wir im Himmel gekommen sind. Wir in uns leben, sind einst einmal in der Bekande leben, so unersinn, so bedrückt, so verloren, so dichter alle, bei dem, wo wir mit Bekande sind. So nicht, weil jemand uns da rütt hat, und Gott brückt jemanden, wir schrie, alles, was wir da nicht, zum Gehen an sein, und Stanker, mit Hängen, für die Gehen an, wenn es, wenn wir alle nicht das Bekande loslöte, wenn es, du fehlst, wie wir uns tüßig wären. Und Gott macht die in mir einst einmal, von das Bekande ganz weich nehmen, und ganz eine anbekannte Angebung nennen, und das Bekande sind, und wir sind verlorene Menschen, an dem Jesus. Das wird er will, mit dem ich. Als wahrer, die Menschen, die uns auch noch mal von, wo wir mit der Tüße, bekommen haben, wo wir mit dem, was ganz fremde nennen, dass wir meine Lehre von Gott, und alle Vertriebe Lehre, dass heute, uns Rade, uns Lehre, uns Wach ist. Wenn es, wenn wir als wahrer, die Menschen, zu lange auf einer Städte, oder zu lange, in zwei, vier, in Fuss sind, und ich sage, ich, dass wir nicht selber, bei uns, wo wir so bekannt, dass wir für jeden von, wehrlich, uns Lehre, von Gott, dass wir fangen, woran sie in das Leben, unter der Jere, unter der Jere, eben als wahrer, ebene Menschen. So, dann nimmt er uns, einmal auch, wo wir mit Bekande, und Satan, an den Fremden, da steht, dass wir in der Lehre, Gott vertriebe, Gott freu, und Dinge, und dass Heimat, die in mich, können, und füllen, so sei das well. So, noch einmal, zum Schluss, Gott hat dein Leben, neue Rotsfleisch, abgeholen, und über Kopp gedreht, wie in hoi, well, wot, met die, in Krexis, Paulus, hier, und Joseph, hoi, haf, die, und dort, bekannter Rotschnung, und ab, in der Fremde, steht, wie in hoi, haf, wot, für die, wo du, anders, allmählich, wirst begrepen, habe, harich, von dich, be, Gott leift die, das, worum wir, da, Gott haf, die leif, so die Frau, was, du harich, seine Leib, annehmen, was, nie, von anderen, seht, zum Schluss, wirst du dir einig, war, Gott, der Vertriebe, der, hef, das Beste für die, in seine Leib, annehmen, zweitens, wirst du dir, entschied, dankbar zu sein, ewen, nie, wenn du nicht, es dankbar zu sein, in deinem Denken, wot, küsst du, von dir, noch, verdankbar zu sein, wenn du, dein Leib, abgeholt, hast, dein Kopf gedreht, das, alles ist, frem, für dich, du, kannst du nicht, wot, küsst du noch, verdankbar zu sein, du, den Hammer, was, zählen, und das letzte, bis du entschied, der Hörche, dem Fährreich gönne, dem Sein, was Gott für dich hat, mit diese Dinge, was wir von dir beobachtet haben, dem in das neue Jahr, gönne, bis du willens, dem Sein, exi willens, dem dort verspreche, gleich, was Gott für mich hat, exi willens, dem dort jettliche Versprecher annehmen, was Gott für mich hat, exi willens, dem Gleibe, das Gott hat, im Plan für mich bestätigt, und ja, alle Amstände, dort habe ich alle Beste für mich, exi willens, dem dort verspreche, gleich, dort alles, was in meinem Leben, was passiert, dein, ab in ein, dem Goden, für mich, und dem Gott verherrliche, exi willens, dem dort verspreche, gleich, was Gott für mich hat, und ich will ihn annehmen, und Gott lebe. Wenn ihr irgendeine Fragen habt, über dieses Programm, dann könnt ihr uns, auf unsere E-Mail schreiben, r2-091-gmail.com, oder auf ein WhatsApp Nummer, 591-770-60101, ich wünsche euch und alle, eine gute Weg, Gottes Rücken Segen, Matt Union.